Dickmaulrüssler im Garten Fast jeder Gartenbesitzer hat schon einmal Bekanntschaft mit dem gefräßigen Käfer gemacht. Der Dickmaulrüssler schlüpft von Juni bis Ende August und ist im Frühsommer auch oft bei Tag in Häusern und Wohnungen zu finden. Der flugunfähige Käfer klettert zu unserem Leidwesen problemlos senkrechte Fassaden hoch. Deshalb stellt er auch ein erhebliches Problem für die Pflanzen auf der Terrasse dar. Ganz typisch für den nachtaktiven, ca. 1 cm grossen Dickmaulrüssler sind die buchtenförmigen Fraßschäden an den Blatträndern, z.B. an Rhododendren, Erdbeeren und Kehrschlorbeer. Leider beschränkt sich der Dickmaulrüssler nicht nur auf einzelne Pflanzen, sein Speisezettel ist enorm lang. Auch Hecken können vom Dickmaulrüssler befallen werden. Bei den Eibenhecken beispielsweise ist der Fraßschaden nur bei sehr genauem Hinschauen erkennbar. Die Fraßschäden der Käfer sind zwar unschön anzusehen, ein ernsthaftes Problem für die Pflanzen stellen aber nicht die Käfer, sondern ihre 8 bis 12 mm grossen Larven dar. Diese entwickeln sich über ein Jahr und richten während dieser Zeit verheerende Schäden im Wurzelbereich an. Ein erstes Anzeichen für Larven im Wurzelbereich können trotz guter Bewässerung hängende und welke Blätter an der Pflanze sein. Bei diesen Anzeichen ist eine Kontrolle des Wurzelbereichs angezeigt. Die Larven fressen Wurzeln sowie die Rinde der Pflanzen und unterbinden damit die lebenswichtige Nahrungs- und Wasserzufuhr. Bevorzugte Brutstätten der Dickmaulrüssler finden sich in lockerem, trockenem Boden. Hier hat die Larve knapp unter der Erde die Rinde des Wurzelhalses abgefressen. Die Pflanze ist abgestorben. Die Larven können mit einem natürlichen Feind, den Nematoden, bekämpft werden. Die Nematoden werden im April oder September bei bedecktem Himmel einfach ins Gießwasser gegeben und so in den Boden eingebracht. Dort infizieren die Nematoden nur die Larven des Dickmaulrüsslers sowie verwandte Larven mit Bakterien. Für Regenwürmer und andere nützliche Bodenbewohner sind sie unbedenklich. Nach der Anwendung ist der Boden 10 Tage feucht zu halten. Das Dickmaulrüsslervolk besteht hauptsächlich aus Weibchen. Jedes dieser Weibchen kann bis zu 1000 Eier legen. Um zu vermeiden, dass der Zyklus wieder aufs Neue beginnt, sollte auch der Käfer bekämpft werden. Eine erste Massnahme ist das regelmäßige Absammeln der Käfer. Als sehr wirkungsvoll und einfach in der Handhabung hat sich Actara erwiesen. Unser Tipp Dickmaulrüssler liegen mehrere hundert Meter von den Brutstätten bis zu den Pflanzen, an denen sie fressen, zurück. Fraßschäden an den Blättern bedeuten also nicht gleich Larven im Wurzelbereich.